Durenholz Durenholz ist eine Streusiedlung im oberen Durenholzertal im Zarental. Der Ort ist Ausgangspunkt für Touren in den Zarentaler Alpen. Hintergrund Durenholz ist überwiegend bäuerlich geprägt und besteht aus insgesamt 37 Bauernhöfen. Erste urkundliche Erwähnung des Ortes im Jahre 1237 als Durenholz, die Kirche ist seit 1405 belegt. Zur Siedlungsgeschichte der Region, siehe im Artikel Zarental, den Abschnitt Hintergrund. Mit dem Flugzeug der nächste Flughafen ist er von Bozen, www.abd-airport.it. Weitere Flughäfen befinden sich in Verona, in Innsbruck, ca. 2 Autostunden, und in München, ca. 3-4 Autostunden. Auf der Straße Von Norden oder Süden über die Autobahn Innsbruck-Brenner-Brixen-Burzen-Trient, A13, Brenner-Autobahn, in Italien A22, bis Bozen, von hier in das Zarental und über Sarental nach Durenholz. Im Sommer ist der Zugang in das Zarental auch von Norden über das Bonserjoch, 2781 Meter, im Winter gesperrt, aus Sterzing möglich. Mit der Bahn im Zarental selbst gibt es keine Bahnverbindung. Die nächsten Bahnhöfe befinden sich in Sterzing und Bozen, sie sind Station für Intercity und Eurocity-Züge. Zugfahrpläne unter www.renitalia.com Mobilität tagsüber verkehrt aus Bozen ca. im Stundenrhythmus der Linienbus, Buslinie 116, in das Zarental und über Sarental bis nach Durenholz. Infonahverkehrsbetriebe Südtirol, www.ci.bz.it Sehenswürdigkeiten Sampipe Symbol 230 BX Pipe Symbol Kirche Sankt Nikolaus Sampipe Symbol 230 BX Pipe Symbol Historisches Bauernhaus Romanische Kirche Sankt Nikolaus Mit Ursprungen bis ins 13. Jahrhundert Historische Fresken Im Ort gibt es noch einen Bestand aus teilweise uralten Bauernhöfen, die in ihrer historischen Bausubstanz mit Bundwerk im Dach recht gut erhalten geblieben sind. Z.B. der Messnerhof Neben dem Fahrgasthof an der Kirche, wird auf eine Ensterhang in den Zeitraum der Kirche um das 13. Jahrhundert eingeschätzt. Durenholzer See Idyllischer und fischreicher Alpensee in 1540 Metern Höhe, bei einer Gesamtfläche von ca. 12 Hektar mit ca. 900 Metern Länge, 350 Meter Breite und bis zu 13 Metern Tiefe. Baden im eiskalten Wasser ist nur etwas für Hartgesottene, um den See unmittelbar am Seeufer führt einem Sommer- und Wintergehbarer Wanderweg. Seine Entstehung verdankt der See einem Bergrutsch, der den Siebbach und Großalmbach aus den anschließenden Tälern zum See aufstaute. Die Sage erzählt zur Ensterhang des Sees die Geschichte vom Sieb-Erbauer, der es seinen Dienstboten verboten hatte, bei der Arbeit auf der Wiese zum Beten des Ave Maria innezuhalten, weil ein Gewitter drohte. Das folgende Gewitter verwandelte dann die Bäche in reißende Flüsse und die Wiese wurde in den Durenholzer See verwandelt. Winter Durenholz ist Augangspunkt für Touren auf Schneeschuhen und Skiern in das anschließende Großalmtal und Siebachtal und die Bench-Battenberge und Berggipfel. Das Skigebiet in Rheinswald, mit Winterrodelbahn, ist nur wenige Kilometer entfernt. In Penz im benachbarten Bonsertal, Anfahrt über Astfeld befindet sich ein Langlauf-Läupen-Zentrum. Einkaufen Die nächsten umfangreicheren Einkaufsmöglichkeiten gibt es in Sarrentain, 12 Uhr bis 15 Uhr Mittagsruhe in Südtirol, einen kleinen Lebensmittelladen auch in Astfeld, keine Mittagsruhe. Nachtleben außerhalb der Beherbungsbetriebe gibt es die nächste Unterhaltungsmöglichkeit in Sarrentain oder dann in Bozen. Gesundheit Das nächste Krankenhaus befindet sich in Bozen, die nächste Apotheke in Sarrentain. Praktische Hinweise Hafenamt in Sarrentain, Postwiese 8, Telefonnummer 0471, 623132, Öffnungszeiten Montag bis Samstag, vormittags ab 8 Uhr. Ausflüge Minipipe Symbol Kapelle Durenholz Karten Kompassblatt 56, Sarrentaler Alpen, 1.25.000, Wandernrad Skitouren Kompassblatt 56, Sarrentaler Alpen, 1.25.000, Wandernrad Skitouren